Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Super Sequel 2. Okay, das Level hier wird unser nächstes sein. Number 3, also das reguläre Level Nummer 3 in dieser Welt. Zack. Okay, da ist irgendwas. Ja, noch eine Feder. Hoch. Zack, hallo. Hallo, One-Up. Hallo, Midway Point. Zack. Zack. So, der Yoshikon, also bisher ist das Level sehr entspannt hier. Hilfe. Hopp. Okay, also nach nicht mal einer Minute haben wir das jetzt geschafft, also das war eigentlich relativ billig. Okay, hier haben wir eine Geisterdecke und warte, hier oben ist auch irgendwas. Ja, hier haben wir einen Haufen One-Ups. Okay. Und hier haben wir einen Boot, also... Ich habe hier viel Zeug gefunden, offenbar. Und hier haben wir einen Haufen One-Ups. Wow, Hilfe. Ich wollte dich eigentlich ganz normal drücken, du Kollege. Und hier ist dann eine Tür. Und hier ist dann ein Pilz. Okay. Okay, ich nehme an, das ist nicht der Ort, wo ich hin soll. Bist du der Ort, wo ich hin soll? Ja, das war so ein unbedachter Sprung von mir. Okay, wir kommen auf jeden Fall in einen anderen Raum, wenn wir hier das offensichtlichere Ding nehmen. So viel steht schon mal fest. Okay, und hier kommen wir wieder zurück. Das ist offensichtlich das Falsche. Hilfe. Und ab ins Ziel. Hilfe. Zack. Hilfe. So. Wow. Naui. Pst. Das war natürlich sehr, sehr smart von mir. So. Raus hier. Und zack. Hilfe. Zack. Komm her, du Feder. Komm her, du One-Up. Zack. Okay, damit hätten wir das hier schon erledigt. Und wir brauchen jetzt noch hier das Castle, dann haben wir das Level auch schon erledigt. Also, das ist eigentlich eine recht simple Angelegenheit hier. Huch. Wow. Okay. Hier ist ein Leben. Und was ist hier? Wieder eine Feder. Ich weiß jetzt nicht, was da in der anderen Richtung gewesen wäre. Zack. Komm her, du Teil. Komm her, du Teil. Danke. Hilfe. Hilfe. Rein hier. Und... Ja. Und damit wäre auch schon, dass der Boss hier erreicht. Also... So, dann stapfen wir wieder das Schloss ein. Und dann haben wir hier... Das neue Cave-Level. Hilfe. Stirbfisch. Stirbfisch. Okay, hier haben wir natürlich noch Cut-Offs an den Rändern. Wusste der damals nicht, wie man das beseitigt. Ja, ich glaube, das geht irgendwie mit der Map 8 oder irgendwie sowas mit... Ach, keine Ahnung, wie die heißt. Es ist schon ewig lange, dass ich mal irgendwie Super Mario World gehackt habe. Okay. Und wenn man hier einen Stern gekriegt hat, dann kann man sich diese Yoshikai nicht holen. Das ist ein klein wenig fies, könnte man sagen. Okay, ich dachte zunächst, dass diese Münzen da ein Indikator wären, dass man da rein kann. Aber dem ist offenbar nicht so. Ja, ich weiß, ich habe Super Sig World, also 16, das Remake schon, Let's Blade. Aha. Jetzt haben wir was, was nach Secret Exit aussehen könnte. Aber ich kann mich nicht an alles aus Sig World 16 erinnern, zugegebenermaßen. Deswegen kann das sein, dass ich eventuelle Secret Exits nicht finde. Okay, und hierbei handelt es sich wohl doch nicht um irgendeinen Super Secret oder... Oder doch, zumindest haben wir hier jetzt einen Schlüssel. Okay, jetzt habe ich hier noch eine blaue Wand und mehr nicht. Okay. Zumindest scheine ich dann an irgendeine Stelle zu kommen, wo ich hier das Secret Exit da holen kann. Das ist doch eigentlich schon mal positiv. So. Es gibt heute gerösteten Fisch. Das wollte ich nur mal so sagen. Zack. Okay, hier kann man eigentlich schnell sein. So, und da wir die Joschikans schon haben, können wir getrost das Ding hier ignorieren. Zack. Zack. Stirb. Stirb. Aua, hier kann man rein. Okay. Ja, und außer ein bisschen Geld gibt's hier nix. Okay, das war ein eher uninteressanter Bonusraum. Möchte ich aber sagen. Zack. Und damit sind wir hiermit fertig. Wir werden erst mal das hier als weiteres Level machen. Also erstmal hier den regulären Weg diesmal. Hilfe. Hola. Shawn. Zack. Ja. Ja. Achudo. Zack. Hilfe. Okay, wenn man da erstmal einmal unten reingerät, kommt man dann nicht wieder raus, merke ich gerade. Und ich merke auch gerade, dass ich dadurch relativ viel verpasse jetzt. An einem Level. Okay, andererseits kriege ich hier auch eine weitere Yoshi-Coin. Also es handelt sich eher um ein so Alternativweg-Spielchen hier zu handeln. Ja. Okay, und hier haben wir... Ja, hier ist dann das Ende. Also wieder nicht sehr schwierig. Ich dachte zunächst, ich hätte mir da jetzt was verbaut, indem ich da unten langgegangen bin. Okay, jetzt gehen wir mal erstmal hier nach links. Aua. Ja, aua. Okay, wenn das so ist, Spiel, dann müssen wir erstmal diese Methode anwenden und Federn holen. Zack. Lockt. Lockt. Hilfe. Auch mit dir. Boinks. Hoch mit dir, du ranken Viech. Achtung, da kommt Koopas. Okay, und da seitet ja schon dieses Ding an, dieses Zeichen, dass man da hochfliegen kann. Oder wahrscheinlich soll man da runter, oder was, whatever. Okay, ich teste erstmal, was hier oben ist. Ich denke, das sollte man zumindest irgendwie wissen. Okay, warte, da oben könnte was sein. Ja, hier ist tatsächlich irgendwas. Erstmal müssen die weg hier. Und dann haben wir hier... ...die Switch. Aha, hier ist ein Pfeil. Okay, und dann kann man da in die Röhre rein. Und das ist dann wahrscheinlich das angesprochene Secret Exit. Ja. Hier sehe ich schon die verdächtigen Utensilien. Also Schlüssel und Loch. Und das ist dann die Starworld, bei der die Wege ein bisschen missglückt sind. Ah. Erstmal dich töten. Und dann kriegt man hier die schöne Ranke. Okay, und dann kann man hier rein. Na gut, jetzt habe ich doch um das Power-Up vergessen, aber passt schon. Und dann kann man hier rein. Elfa. Elfa. Sack. Elfa. Elfa. Und rein mit dir Also der Stern war hier Gold wert Und fertig hier Das Level war eigentlich ganz cool Okay und also Das war das Level, wo man direkt wieder in die Röhre rein konnte Aus der man rausgegangen ist Und ja, dankeschön Du Kollegen Viech Zack Nein So Okay, dann mach mal dich jetzt Irgendwas mit Caution Okay Mein Vorschlag ist, wir bleiben jetzt erstmal hier unten Und machen eine Normal Exit Okay, aber Das Level ist ja an sich auch relativ farmlos Zack Zack Okay Ja, das nervt natürlich Das ist unnötig Dass da diese Urchin-Viecher so viel blockieren Okay, aber ich frage mich Was jetzt diese andere Yoshi-Coin da gemacht hat In diesem Anderen Raum Und da Da komm her, du So, rein mit dir Die Röhre Die Röhre Helfer 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 Und da hier Und da hier ein Leben Okay, dann gucken wir mal unten Weil da müsste ja eigentlich das Angesprochene Secret Exit sein unten Hm Tatsächlich So Und dann machen wir den roten Switch noch Und das war's dann Okay Okay, was ist das hier? Ist das so ein Wähle den richtigen Ort Spielchen? Okay Das ist aber ein ziemlich triviales Wähle den richtigen Ort Spielchen Okay Und dann Komme ich hier Ja Und der blaue Switch Ist der rote Switch Ja, lustig Falsche Farbe Hast du erwischt Ersteller So, Leute Dann machen wir als nächstes Da in diesem Geisterhaus weiter Bis dann Tschaui